Die Pfanne ist heiß! Ich nehme etwas, danke! Danke sehr! Dann gehen wir kurz hier nach oben. Postbote. Mit dem ich mich hier in ein Auto geschnappt habe. Wieder mal mit dem Coupé rumfahren. Immer gut. Wieso steht hier noch ein Polizeiauto? Ah, das ist das, was ich rausgeschoben habe auf der Strasse. Hier wieder die Statue, die ich nie bekommen werde. Oder vielleicht eben doch irgendwann mal in eine Story-Mission. Möglicherweise, wenn man da reinkommt. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung. Junge! Was ist hier los? Aber hier gibt es auch noch irgendwie was. Kann man hier rein? K-Bar? Hallo! 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 Hier war ich noch nie drin. Eine andere Karaoke-Bar? Das ist eine Statue! Nice! Die gehört mir! Gib sie! Danke! Was kann bei dir machen? Der Couchtisch läuft. Ein Blickfang in jedem Wohnzimmer. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Nein, es wird mit dem Kopf so mitwirpt. Kann ich das jetzt nicht mehr, danke? Was ist das hier? Ah. Ok. Gut, habe ich bei ihm verkackt. Schade. Und wo geht es hier hin? In irgendeine dunkle Seitengasse. Und das Rennen ist dort oben. Ne, hier komme ich nirgends hin. Wohl. Hier gibt es auch bestimmt einen Tresor. Oder irgendwas, was ich vorhin übersehen habe. Ich glaube, das ist die Strecke, die ich vorhin gelaufen bin. Kann das sein? Wohl. 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 Kann man hier rein. Was ist denn hier passiert? Wohl. Wohl. Kann man hier rein? habe ich was verpasst offensichtlich gibt es wohnungen in die man rein kann oder ist das in eine special wohnung mit der ich irgendwie eine verbindung habe i don't know aber gut zu wissen ha habs doch gesagt mindestens ein tressor muss es geben aber ich glaube das war das einzige hier moin leute machen wir jetzt ein smart rennen ich nehme dann den prime und hier das mal irgendwie besser wenn ich auch ein smart ich glaube ich habe es ja auch ein bisschen boost wenn man andere rammen möchte I see why they got so smart, weil die Strasse dort richtig eng war, es kostet halt immer auch Zeit, diese Scheissdinge hier mitzunehmen. Okay, das wäre fast falsch gelaufen. Sorry, da musste ich messen. Und ich konnte mich nicht üben, weil ich Auto fahren muss. Nicht unterbrechbar. Solange die Ansehensanzeige aktiviert ist, können Waze-Anlöfe nicht unterbrochen werden. Fuck. Ich muss da kurz durch. Ich habe da hinten was gesehen in der Gasse. Sorry, Leute. Aber wo war jetzt die? Ich glaube hier. Kann das sein? Wahrscheinlich nicht. Nee. Tier. Nein, nur ein zweit hier. Nee, warte, vielleicht doch, nee, uiuiui. Darf ich hier rein? Moin, ich möchte gerne euren Schrein benutzen. Nice, maximal Gesundheit erhöht. Gibt's hier auch ein Tresor oder sowas? Ähnliches möglicherweise? Vielleicht habt ihr ja irgendwas für mich? Ich park gleich rum, keine Sorge. Hat nicht da hinten was geleuchtet? Ich hab's doch gewusst. Muss einfach sein. So grossen Arealen und kleinen Gassen. Da muss doch irgendwas sein. 400.000. Und dann würde ich sagen, die zwei Rennen hier noch. Gibt's irgendwie eine bestimmte Anzahl von Rennen? Statistik. Pickups. Absolviert. Ähm. Absolvierte Rennen. 12 von 21. Das sind noch ein paar. Die Rennen machen eigentlich eigentlich noch Spaß. Und sind immer ein bisschen abwechslungsreich. Und dann nach diesen zwei Rennen gehen die dann aber wirklich zur nächsten Mission, die wieder eine Hauptmission ist. Und da weiß ich halt jetzt schon was passiert. Wenn ich die gleiche nehme. Es gibt ja zwei offene Hauptmissionen im Moment. Ja, Moin! So manchmal. Vor allem die Autos in die gehängte Sau. Ja, verpiss dich! Ja, verpiss dich! Junge 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 Junge. Sieht manchmal so schnell aus. Ich glaube es ist gar nicht so schnell. Wahrscheinlich so ungefähr 150 oder so. Oder maximal 200. Zum Glück sind ja an diesen Renntagen wie so viele Leute auf den Strassen. Und Hongkong. Wie die Karren nicht mehr raus sehen bei mir. Naja. Achja. Geld eintreiben müssen wir auch noch für einen Typen da. Aber dann müssen wir bloß kurz vorbei und dann jemanden hinterherjagen. Nicht so eine grosse Sache. WTF? Was war das? Was ist heute mit den Bussen los? Was? Sorry, musste ich auch aufschreiben. Das war Minute 31. What the hell? Das sind einfach so random Videos, die ich eigentlich wieder mal zu Shorts zuschneiden könnte. Ja. Ja. Das ist einfach so bescheuert und doof ist was hier passiert. Ich weiß, ich könnte irgendwie auch bei Obers glaube ich so Timestamps machen. Aber da habe ich irgendwie keine Ahnung wie das funktioniert. Da müsste ich das ganze mal anschauen. Wir nehmen hier das Ding. Tora drin. Naja. Bisschen schwieriger als anderes auf jeden Fall. Aber es sollte trotzdem irgendwie machbar sein hoffentlich. Was? 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 Ja, Zeitlupe ist nicht nötig. Junge! Wie gesagt, Motorrad drin. Scheiße. Und die Störung hier ist halt auch nicht beschissen manchmal. Also es ist besser mit dem Gamepad, aber Motorräder sind ziemlich schlecht zum Stören. Aber wir haben 50% erst. Könnten wir noch schaffen. Irgendwie. Hoffentlich. Uh, da sind wir dann die Gruppe dran. Da bin ich zweimal ziemlich mies weggeflogen. Ja. Die spielt halt auch manchmal echt mies. Boah, das war jetzt ziemlich knapp. Hohoho. Das ist wirklich ziemlich knapp. Glaub ich 25k. Gut. Dann haben wir jetzt 15. Ne. Doch. Ne, 14 von 29, glaube ich. Es courtier. Wait. Das andere ist... Ja, okay. 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 20. Und wenn man keine Gegner hat, Man kann sich gut darauf konzentrieren zu fahren, aber im Rennen ist das manchmal etwas schwieriger. Untertitelung des ZDF, 2020